Hallo und herzlich willkommen bei What's Up und unserer dritten Folge der Messeberichte der ERO 2012. Markus, und diesmal hast du dir einen Motor für Paraglider angeschaut. Ja, ich war bei der Firma Electronic Sports und habe mir die Aufstiegshilfe Scott E, auch Scotty, Beam Me Up angeschaut. Das ist ein akkubetriebener Motor für Gleitschirmpflieger. Super interessante Sache. Ich habe mir das ein bisschen erklären lassen. Man kann also von der Wiese aus starten und schön ein bisschen Höhe gewinnen. Schaut euch das mal an, das ist eine super interessante Sache. Und außerdem hast du Prominenz aus der High Society getroffen. Ja, und zwar habe ich einen ganz berühmten aus der Formel 1 getroffen, aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Schaut euch lieber an. Die Telefonischen Dr. Kahl und Oluft bei der Nachwarnung von Rel formaldeckungen, der geöffnet wurde. Ich bin Katrina, so die auch noch nicht in die Kupflerberge, weil sie auch nicht in die Kupflerberge. Es muss so much die Kupfler aus der Kupflerberge, zudoorsmalen Beklangsschritte aus der Kupflerberge. Als Sch supp die Kupflerberge, beherrn, zum Beispiel auf den Kupflerberge, das was gemacht hat, und dann auf der Kupflerberge nach dem Kupflerberge, der Kupflerberge von Angriffkim den Körpersentwick vom NürICK-Gerner Start. Und das ist, ich glaube, jetzt versuchelt das Körpers, und dann ist noch ein Problem, der der Körpersentwick. Wenn wir das hier ein Problem machen, ist die nicht vor dem Lager, wirst du übernommen und dann bin ich vielleicht nicht mehr öfter, dass wir im Gespräch vom Nürnberg aussehen. Was ist es so wichtig, dass ich mich also gibt, denn ich glaube, das ist ein Thema, das ist ein Thema, was bei der Untertitelung der Körpersentwicklung, weil wir auch dann über die Nachschiffe im Bereich des NDR agiert werden, dass wir aus den nächsten Mal in den Körpersentwick aus dem Schauen wir uns immer wieder aufhören und dann ist es so, hierher. Und nun, es ist ein Derbeer, der sich in der Stadt der Stadt anwalt. Ich habe jetzt einen Ludwig Nehmann auf dem Everybody bin, aber auch wir haben ein Ding mit der Tattoo was auch immer noch so, und deshalb macht es ein Ding, das ist das 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 Ding, das ist so, ich habe dann schon mal gesagt, der Quasi in der Stadt. Da ist es möglich, dass die Stadt die Stadt супerteid anwalt, die Stadt das ist, dass es eine Art hier, wenn die Stadt von der Stadt여� bikere Musik was, Es sollte so ein bisschen mehr da sein, dass sie die Leute eben nicht ausgehen, sondern auch hier immer noch ein bisschen mehr infrared. Und wenn es sie zu erkennen, welches die Leute zu erkennen, dass sie wirklich informiert sind? Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, haben die Leute, die Leute, die Leute deswegen, die Leute, die Leute hier in der doświadkeiten haben, die Leute, die Leute, die Leute, das auch so machen. Also, es ist nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ich mich nicht so wichtig, weil mir das Kostетьplan ist, weil ich mir schon überrascht. Und was weiß ich genau, was ich dann aber nicht, ist es mir so wichtig, weil es mit einer Beziehung ist hier, dass auch mit einer Beziehung das Wigkeit ist. Das war es so, dass es gerade nichts hinder sollen wird. Man kann das gerade nicht, weil du so wichtig bist, ist da einfach nicht so wichtig, auch nicht einfach nicht. Dort ist es wichtig, dass es für die markt, sondern es ist sehr wichtig, Man sieht, man sieht, man sieht gut aus, was da in der Zeit nur aus. Man sieht aus, was da an der Hand ist nicht aus. Das ist einer noch mit der Zeit, wo er dann sagt, es ist gut, wenn man den Weg zum Beispiel nicht was und ist nicht so gut. also, was in allez, was in goes along. His name was Schmidt, andzekiel Muhammann. Er, ja, und er hat auch noch jemand Rechner. Ich weiß, was ich weiß. Er ist immer so, dass ich mich zu glücklich within, was ich mich hier noch nicht mehr jubel. Ja, da ist es, dass du breit, es ist, wenn du dich jetzt mal direkt, ich dich jetzt mal nicht mehr in Wetteringabe, weil du nicht so gut, es tut mir überhaupt nicht noch etwas t studying, ich sag dir, was ich mir wirklich, was ich verstehe was, was du mayst du das, Es ist ein Teil von der Entschwung des Flughaf und der Gruner der Ingenheit. Aber ich möchte darüber nach Hause, was das zuerst passiert, dass du mit einem Kripscher anstattest. Das ist ein Teil des Flughafensiers. Das ist aber auch ein Teil des Flughafensiers. Aber das ist ja, was ich noch nicht so gut. Ich möchte, dass es auch ein Kripscher zu bekommen. Aber es ist das, was ich auf einmal noch nicht. Und das ist ja so, was ich glaube, dass ich mich nicht so gut bin, dass ich mich nicht so gut bin. Es geht um, wenn wir jetzt durch die Angelegenheit vor kurzem kommen, also dass wir da in den Mittagessen sind, auch hier in der Zuschauer, wie wir es noch nicht tun können, die Unternehmen abrevorstellten. Ja, das ist alles einfach. Aber gibt es nur noch mehrOU, dass wir uns damit anfangen. Aber darauf haben wir uns hier, wie wir es sind, wenn wir es nicht so etwas tun können, dass wir die Bitte, sondern wir sind alle ebenso mehr wunderschöhn. Wir brauchen todos diese Aufmerksamkeit. und das ist wirklich die WAC, die wir jetzt haben. Es war auch ein paar WAC, die wir jetzt haben. Und es war nur auf dem Kassel, die wir jetzt haben. Und das war auch immer noch nicht. Aber wenn wir jetzt hier irgendwo sind, dass wir jetzt hier sind, dann können wir irgendwie wieder in die WAC-B серbein. Wir haben jetzt hier einen WAC-Bas. Wir haben jetzt hier ein WAC-Bas. Ja. Ja, hier ist es. Halt! Was war ich jetzt? Nee, ja, nicht hier. Was war ich jetzt? Aber ich bin trotzig. Sehr leichter. Angenehm. Angenehm und leichter. Vielen Dank. Ich bin trotzig. Ja, das war mein Interview mit den Jungs von Electronic Sports und dem Scott E, der elektronischen Aufstiegshilfe für Gleitschirmflieger. Super interessantes Gerät. Auf jeden Fall. Da tut sich eine Menge in der elektrischen Fliegerei und das ist wirklich tot Gerät. Ja, wir werden auch dranbleiben und werden die auch besuchen. Wir haben uns eingeladen zu sich nach Ostrach nach Oberschwaben. Da bin ich mal sehr gespannt. Da werden wir hinfahren und das Teil mal ausgiebig testen. Vielen Dank an der Stelle für die Einladung. Genau. Coole Sache. Vielen Dank. Genau. Dann der Norbert Hauck. Muss ich sagen. Ein wilder Hund. Wahnsinn, oder? Er hat einen Fahrstil. Hammerhart, ja. Super netter Kerl. Er hat mir nachher noch ein Höschen von der Nicole Scherzinger signiert. Fand ich total nett von ihm. Wie ein Höschen von der Scherzinger? Den ich. Ich hab eins vom Hamilton gekriegt. Naja, egal. Nächste Folge? Ich bin bei BOT Aircraft. Ah, okay. Die zeigen den Speedcruiser. Wir kommen jetzt mal hier. Ah, hier. Kurz anschauen. Speedcruiser von BOT Aircraft. Ganz schön groß. Nette Leute. Super Geschichte. Schauen wir uns an. Und dann haben wir noch das Bundeswehr Special. Das Bundeswehr Special. Unbedingt anschauen. Wir hatten nächsten Spaß mit den Jungs vom Bund. Das könnt ihr euch hier anschauen. Genau. Da haben wir es. Genau. Bundeswehr Special. Super Sache. Unbedingt reinschauen. Spitzengeschick dann. Genau. Das seht ihr alles in der nächsten Sendung. Bei WhatsApp.